Das ist Nancy und sie ist Model. Dank der Mod, die ich euch jetzt vorstelle, können wir diese Karriere aktiv spielen. Die Mod, die ich euch heute vorstelle, nennt sich Iconic Modeling Career von Grumpy und wie immer bei diesem Creator gibt es eine kostenlose und eine kostenpflichtige Version. Damit die Mod funktioniert, benötigt ihr neben dem Basisspiel noch drei Erweiterungen. An die Arbeit, Werdeberühmt und das Moschino-Pack. Nancy denkt sogar schon über ihre Karriere nach, deshalb werden wir sie natürlich nicht länger warten lassen. Und sie wird sich über ihr Telefon gleich mal einen Job suchen. Model-Karriere. Sie sind jetzt ein Model für die Iconic Model Agentur. Erhöhen Sie Ihre Fähigkeiten als Model, um Geld, Ruhm und Ansehen zu erlangen. Wir starten tatsächlich mit 40 Simoleons die Stunde. Binde ich für ein Einstiegsmodel richtig, richtig gut. Unsere Arbeitszeiten sind von 11 bis 20 Uhr und wir arbeiten jeden Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag. Nancy ist jetzt Model bei der Iconic Agentur bei Iconic Model Agentur. Okay, das ist eine wilde Übersetzung, aber das ist schon in Ordnung. Sie beginnt am Mittwoch um 11 Uhr. Wie immer freue ich mich an dieser Stelle über jedes Abo, jedes Like und jeden Kommentar. Wir haben noch zwei Tage Zeit, bis unser erster Arbeitstag startet. Deshalb könnten wir uns gleich mal an die Beförderungsaufgaben machen. Wir müssen erstens Stufe 2 der Modelfähigkeit erreichen und zweitens ein Fotoshooting abschließen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Wir haben jetzt hier bei unserem Telefon Iconic Model Agentur. Wie großartig ist das? Hier fehlt leider eine deutsche Übersetzung. Dann könnten wir einen Fitnesstrainer anrufen. Das ist aber leider gerade nicht möglich. Dann könnten wir einen Termin bei einem Ernährungsberater buchen. Sobald Sie von der Iconic Model Agentur eingestellt sind, müssen Sie einen Termin mit der Iconic Ernährungsberaterin vereinbaren. Das finde ich jetzt ein wenig fragwürdig, aber sagen wir einfach, die Ernährungsberaterin möchte sich darum kümmern, dass wir uns gesund ernähren. Wir sind nämlich definitiv bei keiner Model Agentur, die nur Size Zero will. So einen Blödsinn interessiert im Jahr 2023 wirklich niemanden mehr. Dann können wir einen Vertrag wählen. Je besser Ihre Modelfähigkeiten sind, desto interessanter werden die Verträge sein. Echt spannend. Dann könnten wir Prominente anrufen. Dazu müssen wir aber einmal befördert worden sein, eine Modenschau veranstalten. Da müssen wir aber erst mit unserer Chefin drüber reden und dann noch eine VIP-Party veranstalten. Für die müssen wir wiederum erst mit unserer Chefin sprechen. Wie schon im Intro erwähnt, es gibt eine kostenlose und eine kostenpflichtige Version der Mod. Und leider sind nicht alle dieser Funktionen kostenlos. Aber die meisten. Was in der kostenlosen Version leider nicht enthalten ist, ist die VIP-Party, die Modenschau und außerdem kann man auch keine Prominenten anrufen. Dann werden wir als erstes gleich mal einen Termin bei der Ernährungsberaterin ausmachen. Ich hoffe, die erzählt uns keinen Blödsinn, sonst hören wir ihr einfach nicht zu. Okay? Und schon verschwindet Nancy. Anscheinend haben wir direkt einen Termin bei der Ernährungsberaterin bekommen. Und sie ist in einen Rabbit Hole verschwunden. Ähm, was war denn das für eine Ernährungsberaterin? Ich mag keine Impfungen. Grund von einem Arzttermin zurückgekommen. Bitte sagen Sie mir, dass es nur ein Gespräch ist. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wurden wir bei der Ernährungsberaterin geimpft? Und weiter geht später und der erste Arbeitstag startet jetzt. Nancy ist auf ihrem Weg zur Iconic Model Agentur. Möchten Sie sich anschließen oder Nancy alleine gehen lassen? Und natürlich kommen wir mit. Und hier haben wir die Iconic Model Agentur. Wow! Natürlich ist das Gebäude auch in der Mod enthalten. Das müsst ihr dann in euren Trayordner geben und ganz einfach hier in der Welt platzieren. Weitere Erklärungen findet ihr auf der Patreon-Seite des Creators. Oder ihr fragt mich einfach in den Kommentaren. Ich helfe euch auch immer gern weiter. Hier haben wir einen kleinen Empfangsbereich in der Model Agentur. Hier geht es weiter zu einem Aufenthaltsbereich. Dann ist hier ein Büro. Hier haben wir auch Supermodel Candlebesters und Ayumi Hizomata. Und hier haben wir noch einen sehr großen öffentlichen Bereich. Hier ist auch eine Küche. Hier haben wir Supermodel Amir. Dann haben wir Fotografin Annie und Supermodel Nicolina. Hier ist auch noch eine Toilette. Das ist auch ganz praktisch. Unsere erste Aufgabe für heute ist es einen Kaffee trinken. Das ist tatsächlich gar nicht so schwer. Dann müssen wir trainieren, nach Umstylingfragen und Outfit planen. Im ersten Stock findet dann hier das Fotoshooting statt und hier drüben dann das Umstyling. Das ist absolut großartig. Hier oben ist das kleine Fitnessstudio. Dann werden wir einmal trainieren. Hier ist auch noch ein Model und zwar Matthew. Aber wir dürfen jetzt natürlich nicht zu viel trainieren, weil sonst schwitzen wir und das wird dann kein gutes Fotoshooting. Sehr gut. Wir haben es abgeschlossen. Jetzt müssen wir noch nach Umstylingfragen, Outfit planen und mit unserem Chef reden. Salima Jones, Chef bei der Iconic Model Agentur. Wir stellen uns einmal respektvoll bei ihr vor. Immerhin ist sie unsere Chefin. Wir können jetzt sagen Danke für die Geschenke. Ich weiß nicht genau welche Geschenke. Ich glaube, wir haben keine bekommen. Dann fragen wir einfach mal, was wir für das Fotoshooting tragen sollen. Und wir haben jetzt die Modelfähigkeit erlangt. Nancy kann sich jetzt auf die Modelfähigkeit konzentrieren, um interessante Verträge mehr ansehen und Ruhm frei zu schalten. Jetzt sollen wir uns noch mit den anderen Models anfreunden. Ich stelle mich einfach mal bei Candle vor. Die mag uns nicht, aber das ist schon in Ordnung. Und dann werden wir mit ihr einfach über das Fotoshooting sprechen. Immerhin ist das ihr erstes Fotoshooting und sie ist sicher nervös. Und jetzt sind wir schon auf Stufe 2 der Modelfähigkeit. Das geht wirklich schnell. Dann stellen wir uns jetzt einmal bei unserer Stylistin vor. Mina Apfelsaft. Das ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Name. Wir müssen einfach hier nach oben in den Beauty-Bereich und werden sie nach Make-up fragen. Und dann fragen wir sie auch gleich nach einer Frisur. Und nun bekommen wir ein neues Make-up. Ich hoffe, Mina verkackt es nicht. Irgendwie verkacken das Stylistinnen in Sims ja oft und dann sehen alle aus wie Clowns. Das wäre jetzt bei unserem ersten Fotoshooting natürlich ein bisschen belastend. Oh, das sieht voll gut aus. Jetzt finde ich es irgendwie ein bisschen übertrieben. Und jetzt sieht sie wieder aus wie vorher. Ich bin verwirrt. Hä? Hat sie so nicht ganz vor dem Umselling ausgesehen? Dann posten wir noch schnell eine Sims-Stagram-Story und dann wird es auch schon Zeit fürs Fotoshooting. Stellen sie sich mit der Interaktion, warten auf den Fotografen, auf die Markierung und klicken sie auf das Stativ, um den Fotografen herbeizurufen. Dann gehen wir gleich mal hier rüber und werden auf den Fotografen warten. Und dann rufen wir unsere Fotografin Annie Leibovitz herbei. Und sie macht natürlich ein Foto von uns. Von wem denn sonst? Wir sind das Model. Wir haben jetzt schon Level 3 der Modelfähigkeit erreicht. Und jetzt sollen wir Fotos machen. Ich weiß jetzt nicht, was ich von diesen Posen halten soll. Aber okay. Sind wir ein Topmodel oder sind wir keins? Ich weiß ja nicht. Das ist gut. Schau mal cute. Na endlich Nancy. Du hast den Dreh heraus. Das ist auch süß. Ein bisschen weird ist sie schon. Sehr gut. Das haben wir hinter uns. Das war jetzt echt ein bisschen merkwürdig. Ich wünschte, da würde es ein paar andere Posen geben. Und jetzt können wir die Fotos zum Portfolio hinzufügen. Sie können Bilder mit Ihrem Handy oder Ihrer Kamera aufnehmen. Dann klicken Sie darauf und fügen Sie es zum Portfolio hinzu. Das machen wir noch schnell. Wir machen ein Selfie. Wer möchte dieses Bild nicht in seinem Modelportfolio haben? Und jetzt fügen wir es zum Portfolio hinzu. Die Verbesserung Ihres Portfolios ist ein fantastischer Weg, um Ihre Modelfähigkeit, Ihren Ruhm und Ihren Ruf zu verbessern. Ich bin schon gespannt. Und unser erster Arbeitstag ist beendet. Wir haben nur Bronze erreicht. Wir haben doch alles abgeschlossen. Aber wir wurden befördert. Okay. Nancy wurde befördert und ist jetzt Model für die Iconic Agentur. Wir verdienen jetzt mehr, nämlich 20 Simoleons mehr pro Stunde, was einen insgesamten Stundenlohn von 60 ergibt. Nun habe ich euch die grundlegenden Inhalte der Mod gezeigt. Ich möchte natürlich nicht alles spoilern. Aber wir schauen uns jetzt noch ein paar Features der kostenpflichtigen Variante an. Als erstes werden wir jetzt mal eine VIP-Party veranstalten. Mit Salima Jones. Wir gehen jetzt einfach mal hier nach Delsol Valley in diese Lounge. Und wenn alles nach Plan läuft, findet jetzt hier eine VIP-Party statt. Salima, unsere Chefin, ist schon mal da. Wir müssen ein Selfie mit Prominenten machen, um eine Umarmung und ein Autogramm bitten. Und hier kommen auch schon die ersten Stars. Bitte geht da nicht rein. Wir können da nicht rein. Wir rufen einfach mal alle herbei. Dann werden wir Dirk Traumtänzer einmal um eine Umarmung bitten. Und hier haben wir jetzt auch einzigartige Interaktionen. Wir können nach der lukrativsten Marke fragen, über die schlechtesten Verträge sprechen, über die besten Partys und eine Partnerschaft akzeptieren. Sobald sie eine Partnerschaft akzeptieren, ist der Prominente ein Bekannter geworden. Und sie gewinnen Geld, Ruhm und Ansehen. Oh mein Gott, wie cool. Wir werden einmal über die besten Partys sprechen. Immerhin müssen wir ihn erstmal kennenlernen. Dann werden wir ihn nach der lukrativsten Marke fragen. Und dann möchte ich das aber gleich mit der Partnerschaft probieren. Wir haben gerade 1400 Simoleons bekommen und er ist jetzt unser Freund geworden und wir haben eine Promi-Bekanntschaft mit ihm. Jetzt fühlt sie sich glücklich. Natürlich akzeptiere ich das. Du bist jetzt ein enger Freund und das freut mich sehr. Zum Abschluss müssen wir uns natürlich auch noch die Modenschau anschauen, aber dafür müssen wir erst auf Level 4 unserer Karriere sein. Zum Glück habe ich den UI-Cheats-Mod, also sind das für mich nur zwei Klicks. Und nun veranstalten wir unsere erste Modenschau. Dazu müssen wir zum Laufstegzentrum gehen mit Salima Jones. Dieses Laufstegzentrum ist übrigens auch Teil der Mod. Ich habe es hier in Newcrest platziert und zwar direkt gegenüber von der Modelagentur haben wir hier Iconic Catwalk Center. Nur zur Erinnerung, dieses Feature ist nur in der kostenpflichtigen Version der Mod enthalten. Solltet ihr also kein Geld dafür ausgeben wollen, habt ihr dieses Gebäude leider nicht. Und hier sind wir. Wow! Natürlich ist auch das wieder kein Rabbit Hole. Wir haben jede Menge Aufgaben zu erledigen. Wir müssen uns umziehen, dann bekommen wir ein Umstyling und dann müssen wir hinter die Bühne gehen. Unser Outfit für die Modenschau bekommen wir, indem wir auf eine Schaufensterpuppe klicken. Irgendwie steht da nicht Outfit für Modenschau tragen. Ich kaufe es einfach mal. Hoffentlich funktioniert das dann trotzdem. Irgendwie funktioniert das mit dem Kleid leider nicht. Dann ziehen wir einfach unsere Abendkleidung an. Ist besser als gar nichts. Und hier oben bitten wir Mina nach einer neuen Frisur. Sehr gut, ich bin beruhigt. Hier am Spiegel können wir ein Outfit für unsere Modenschau wählen. Und das wurde ihr Outfit für die Modenschau. Yay! Langsam haben wir Zeitdruck, deswegen gehen wir hier jetzt mal hinter die Bühne und machen uns ready. Dann müssen wir nur hier rüber gehen und dann können wir die Modenschau starten. Es ist Zeit für Ihre Modenschau. Los geht's, das Publikum wartet auf Sie. Vergessen Sie Ihre Haltung nicht, Sie werden begeistert sein. Und nun können wir die Modenschau starten. Nancy steht jetzt erstmal peinlich am Anfang und weiß nicht genau, was sie machen soll. Aber möglicherweise macht man das ja so bei der ersten Modenschau. Wir haben es erfolgreich abgeschlossen und Gold verdient. Wow, was für eine Show. Ihr Chef ist begeistert. Sie können stolz auf sich sein.